Zahlreiche Besucher, eindrückliche Kulissen und eine grosse Produktenpalette von der Firma Knusel und Rigitrack haben diese Weltdäge geschmückt. Das Knusel Tornado Mähwerk begeistert die Zuschauer mit seiner sauberen Mähqualität. Ein ruhiger Rauf, weitere tolle Eigenschaften des Mähwerks sind die Zentralschmiede, der Schnellrechsler, schlanke Mähblatt, Zugänglichkeit für die Reinigung und vieles mehr. Sehr grosses Interesse haben auch die Sipp Heuerbemaschinen auf sich gezogen. Diese haben eine super Arbeit auf dem Feld präsentiert. Sie überzeugen durch viele durchdachte Vorteile. Der Sipp Kreisel Heuer hat runde Zinkenhalterhoer, wo wir die Zinken anschrauben. Dadurch sind die Zinken sehr gut geschützt und es gibt wenig Zinkenbrücke. Das grosse Rad vorne ist ein Transportblatt und zugleich auch das Dastrad. Die Bodenanpassung des Sipp Kreisel Heuer ist sehr stationär. Es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen und Breiten von 2,30 m bis 15 m. Ein Sipp Schwader ist sehr massiv gebaut. Die Matbreite ist hydraulisch einstellbar. Es gibt auch Einzelschwader mit einem Schwenkbock. Sie sind sehr leicht gebaut. Im Halm passt er sich zentrieren und zur Mitte an. Sie sind ausgestattet mit einem speziellen Fahrwerk für eine perfekte Bodenanpassung. Der Rigitruck im Einsatz mit dem Bandschwader überzeugt jeden Zuschauer durch seine saubere Arbeit beim Futteraufnehmen. Der Bandschwader Erschwad hat eine Aussenbreite von 3 m mit 850 kg. Das Bugup ist aufgebaut bei einer Wirbelsäule. Dadurch hat man eine optimale Glendeanpassung und eine perfekte Anpassung in die Bodenwellen. Bei den Rigitrucktraktoren gibt es 3 verschiedene Modelle zwischen 100 und 160 PS. Das neue Modell Infiniti von Antonio Carraro Mähtraktoren mit 74 PS und hydrostatischem Getriebe. Überzeugt durch seine Fahrkomfort und Spurtreue auch im steilen Glende. Der Kniesel Bandrecker hat uns sehr beliebt durch seine vielen Vorteile. Die Firma Sepp Kniesel & Rigitruck bedankt sich recht herzlich bei allen Besuchern und dieser super tollen Kundschaft. Die Firma Sepp Kniesel & Rigitruck Die Firma Sepp Kniesel & Rigit Nayar